Spannende Musik ... im Generalkonsul in der Rede vorzulesen, das heißt, wenn ich sage, jeden kommt, dass sie an vierfältigen Einsatz ausgeschnitten sind. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja, ja, die müssen das geschickt werden, das heißt. Ist schon passiert! So, so machen wir mal! So, Vorsicht, Schienen in der Kreuzung! Vorsicht, Schienen längst der Kreuzung! Und bitte rechts bleiben! Das war's für heute. So, da will ich mal alle Hände sehen. Wo sind die Hände von Düsseldorf? Wo ist Düsseldorf? Wo sind die Hände von Düsseldorf? So, Vorsicht Verkehrsinsel mit dem letzten Einhorn. Wo sind die Hände von Düsseldorf? Wo sind die Hände von Düsseldorf? Wo sind die Hände von Düsseldorf? So, da wollen wir mal gucken, ob wir eine Bälle hinkriegen. So, da wollen wir mal gucken, ob wir eine Bälle hinkriegen. Also, alle, die weiter wollen, melden sich mal. Okay, Vicky ist die Mehrheit. So, bitte immer schön rechts bleiben und rechts rechts. So, das war's. Musik 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 Heeey! Ich weiß, es ist ja schon krass wie der Koffer. Die Tränke gibt es da vorne. Die Tränke ist ja frech. Hey, 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 here we go. Ja, da würde ich sagen, fitten Applaus für die Düsseldorfer Dancers hier an der LTU Arena. Eine. Die Düsseldorfer Dancers hier an der LTU Arena.